Äh, glaubst du, A.K. Yeeling lässt mich vielleicht das nächste Daring-Do-Buch schreiben? Ich glaube, ich würde das besser hinbekommen. Zum Beispiel gäbe es im zweiten Abenteuer eine Nebenfigur. Ich will jetzt nicht ihren Namen nennen, weil ich über sie schon so viele Fangeschichten geschrieben habe, weißt du? Nicht, dass du meine Idee klauen würdest, aber ich finde, das würde total zu meiner ganzen Rätselleidenschaft passen. Stell dir mal vor, wenn man mit jedem gelösten Rätsel einen neuen Karate-Trick lernen könnte, das wäre doch großartig, oder? Und ich bin selbst eine Art Yeeling-Superfan. Sie wäre bestimmt offen für... Äh, Quibble? Entschuldige.